Musik Salü, bienvenue mes amis, so cooles Quickies, schnelle Filmtipps. Dieses Mal mit einer französisch-italienischen 1972er Filmproduktion, die man heutzutage äußerst selten zu Gesicht bekommt, welche nun jedoch durch Studiokanal Label Arthouse neu veröffentlicht worden ist. Und da ich euch nun jenen Film gleich näher vorstellen möchte, geht im Zuge dessen selbstverständlich eine herzliche Danksagung an den Filmverleih über den Äther, ohne dessen Hilfe es mir ansonsten nicht möglich wäre, das heutige Video auf diese Art und Weise zu präsentieren, wie ihr es nun gleich werdet sehen können. Von daher vielen lieben Dank an Studiokanal Label Arthouse für die freundliche Unterstützung zu diesem, meinem Video. Dreadmort de Schock, wie der Originaltitel des Films lautet, wird nun in diesem Monat Juli unter dem deutschen Titel Der Schocker als VOD wiederveröffentlicht werden. Und man kann, nein man muss sagen, endlich. Denn Dreadmort de Schock zählt tatsächlich zu einem der besten Filme, die zu Beginn der 1970er Jahre entstanden sind. Doch kommen wir nun erst einmal zur Zusammenfassung der Handlung. Es geht hierbei um die reiche sowie erfolgreiche und selbstbewusste Endreißigerin Hélène, die von ihrem Job mittlerweile völlig ausgebrannt ist und auch privat nach einer Trennung gerade am Scheideweg steht. All diese Umstände führen zu einer Depression bei ihr, als sie zusätzlich eines Tages die ersten Fältchen in ihrem Gesicht entdeckt. Daher befolgt sie den Rat eines Freundes, in einer am Meer gelegenen Kurklinik zur Ruhe zu kommen. Dort angekommen, trifft sie auf Dr. de Villers, einen gut aussehenden jungen Arzt, der allerdings mit sehr fragwürdigen Methoden Leute der High Society behandelt. Anfangs ist Hélène von ihrem Kuraufenthalt vollkommen begeistert. Doch mit der Zeit, ganz besonders jedoch als plötzlich an den Meeresklippen eine Leiche gefunden wird, wird sie misstrauisch und kommt peu à peu dem Geheimnis dieser gut laufenden Kurklinik auf die Schliche. Als Treppement du Schock im Januar 1973 in den französischen Kinos anlief, wurde er von den Kritikern sehr gut aufgenommen. Denn Regisseur und Drehbuchautor Alain Gessoir hatte mit diesem Film thematisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen sprach er in diesem die generelle Angst vor dem Älterwerden und somit die Sucht nach ewiger Jugend in zuvor nie dagewesener Deutlichkeit an und zum anderen, wie Forschung und Ärzte jegliche Moral verlieren können, wenn es darum geht, ihre Klientel diesbezüglich bedienen zu können. In diesem Fall Organentnahme. Somit zählte Treppement du Schock besonders zur damaligen Zeit zu jenem Psycho-Thrillern, die sich durch eine ganz außergewöhnliche zeit- und gesellschaftskritische Filmhandlung auszeichneten. Ich selbst, die ich den Film so ungefähr im Alter von 15 bis 20 Jahren zuletzt gesehen haben muss, hatte im ersten Moment diesen gar nicht mehr auf dem Schirm. Doch wenn es sich um ganz besondere, einzigartige Spielfilme handelt, erkennt man diese letztlich doch sehr schnell wieder. So ging es mir, als ich die hier zu sehenden Fotos nur nach Jahren zum ersten Mal wieder sah und dann via YouTube mit vereinzelten Ausschnitten mein Gedächtnis auffrischen konnte. Besonders Szenen, welche in der Klinik selbst spielten, ließen meine Erinnerungen an Treppement du Schock sofort wieder erwachen und ich dachte nur, Mann ey, der Film war aber mal so richtig gut. Wenn auch nicht im Einzelnen, so konnte ich mich dennoch an die mystisch bedrückende Atmosphäre erinnern, die von diesem Film ausging, welche sich immer mehr zu steigern begann. Was mir dabei ganz besonders in Erinnerung geblieben war, war die sehr elegant kühle Bedrohlichkeit, die von einem unwiderstehlich gut aussehenden Alain Delon ausging, die einen als Frau schier um den Verstand bringen konnte. Gedreht wurde der FSK 16er im Juni 1972 hauptsächlich in der Britannia. Genauer gesagt in Quiberon, Belle-Île-la-Mer und an der Côte Sauvage sowie in Paris. Orte, die von jeher wunderschön sind und damals von der Kamera unglaublich toll eingefangen wurden und was für mich persönlich immer einen sehr starken Kontrast zur eigentlichen Handlung des Films ausgemacht hat. Seine Wirkung auf den Zuschauer somit nur noch mehr intensivierend. Denn die Außenaufnahmen sind durch die Sonne, Licht durchflutet, das Meer und der Strand lassen in gewissen Momenten eigentlich ein unbekümmertes Sommerfeeling in einen aufkommen, sodass man fast das Drumherum vergisst. Doch man besinnt sich eben eine Sekunde später, wissend, dass die Idylle trügerisch ist. Und genau das ist die Wirkung, die den Film mit so einzigartig macht und diese unbehagliche Anspannung gerade wegen dieser Gegensätze in einem selbst erzeugt. Perfektioniert und verstärkt wird diese Gesamtatmosphäre dann durch jeden einzelnen Schauspieler. Besonders jedoch natürlich durch Alain Delon und Annie Girardot. Beide spielen sehr intensiv und zwar dermaßen, dass als Girardots Charakter Hélène in Hysterie verfällt, Delon's Figur de Villiers, dieser rechts und links eine verpasst. Und diese Ohrfeigen waren für die Kamera nicht etwa gestellt oder gespielt, sondern sie waren echt. Annie Girardot war nämlich zu der Zeit, als der Film entstand, eigentlich mit Delons Kumpel Renato Salvatore verheiratet, betrug diesen jedoch mit dem Schauspieler Bernard Fresson. Delon war über dieses Verhalten Annie Girardots dermaßen ersthörnd, dass er besagte Schauspielszene dazu nutzte, seinen Freund Salvatore zu rächen und Girardots Fehlverhalten mit Backpfeifen zu strafen. Im wahrsten Sinne des Wortes also ein von A bis Z spannungsgeladener Psychothriller, der, wie bereits erwähnt, eine FSK-Altersfreigabe von 16 hat und den ich euch wirklich mehr als nur wärmstens empfehlen kann. Denn diesen Film muss man einfach kennen. Bis dahin Salüa ben Tomizami. Vielen Dank.